Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. Der Orte ist das neueste Modell im Specksteinland. Was macht den für mich als Hausbesitzer so effizient? Sie haben da zwei Sachen, die da zusammenkommen. Sie haben einerseits die Wärme, die lang anhaltende Wärme und die Geschwindigkeit, womit er kommt, weil er relativ klein ist. Mit natürlich die zweite Situation, dass Sie auch mal was warm machen können, dass Sie was drauf braten können, dass Sie im Endeffekt auch eine bestimmte Autarkheit haben gegenüber Öl oder Gas oder so. Also ein Ofen für die Küche? Ja, ja. Das ist auf jeden Fall ein Modell, das man nicht im Wohnzimmer setzt. Das würde ich einfach in der Küche oder meinetwegen auch in einen großen Hausgang und dann mit einem schönen Ofenrohr und natürlich ergibt einfach seine vier, fünf Stunden Wärme ab. Reicht es für Schnitzel auch? Auch für Schnitzel will es reichen. Und dasselbe eine Leberkäse, eine Bayerische würde gehen. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel? Mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter. ISHW. Gemeinsam stark.